40 Jahre nach der Markteinführung des klassischen Range Rovers gesellt sich ein weiteres Familienmitglied namens EVOKE zur wachsenden Land Rover Familie. Mit der freundlichen Unterstützung des ADAC Ortsgruppe Bauschheim gewähren wir unserem EVOKE heute die artgerechte Haltung. Als SD4 liefert unser Diesel ein sagenhaftes Drehmoment von 420 Nm, welches ab 1750 Umdrehungen zur Verfügung steht. Unser Testwagen ist handgeschaltet, verfügt also über ein manuelles Getriebe und gerade hier bei den vielen Bergaufpassagen ist das Drehmoment von immenser Bedeutung. . . . . . Ups, hier hilft uns die Traktionskontrolle mit dem gezielten Bremseingriff weiter. Die großzügige Botenfreiheit und das Terrain-Response-System unterstreicht die erstaunlichen Offroad-Qualitäten für ein SUV. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Range Rover Evoque wird in drei Ausstattungslinien angeboten. Er erreicht damit ein sehr hohes Maß an Qualität und Verarbeitung. Er hat sich in drei Ausstattungslinien angeboten. Der Range Rover Evoque ist kein klassischer Geländewagen. Fährwerk und die fehlende Getriebeuntersetzung weisen Parallelen zum Halbgruder Freeländer auf. Dennoch sind die Offroad-Ambitionen unbestritten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.